Ein wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe euch zwei Themen rausgesucht, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon erkannt habt. Und die erste Teaser-Nachricht, die ich mitteilen möchte, wusstet ihr, dass in Berlin vor kurzem eine Demonstration stattgefunden hat von LKW-Fahrern gegen Billiglöhne aus Osteuropa? Nein? Gut, ich auch nicht. Ich hatte zwar die eine oder andere Dike-Message, aber bis ich mich zu der durchgearbeitet hatte von Zuschauern, war es leider schon zu spät. Planungstechnisch zu spät. Und von der Veranstaltung selber, also von der Demonstration, habe ich überhaupt nichts gelesen. Ich weiß nicht, wo die Veranstalter das geteilt haben. Wahrscheinlich nur bei Facebook und da bin ich eher selten unterwegs. Von daher wusste ich das nicht. Aber ich möchte euch darüber informieren. Laut Veranstalter waren 200 bis 300 LKWs vor Ort. Laut Berliner Polizei etwa 100. Und ich habe ein paar Messages geschrieben an Leute, die da waren und die auch auf dem Podium geredet haben. Der eine oder andere hatte mir mitgeteilt, dass sie sehr enttäuscht waren von der Kollegschaft, also von LKW-Fahrerinnen und Fahrern, die wohl im Internet immer sagen, sie nehmen dran teil und machen und hin und her. Und im Endeffekt, wenn die Demonstration dann da ist, sind nur die wenigsten vor Ort und demonstrieren aktiv mit. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was genau da die Absprache war. Aber wenn man hier auf diesem Bild, was ich im Internet gefunden habe, auf diesem Video sehen kann, sind tatsächlich wenige Menschen vor Ort. Natürlich haben wir die Situation des Coronavirus und man muss Abstand halten. Aber das ist die Großaufnahme hier, die ich so gefunden habe. Das Video verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dort muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt wenig zu sehen von großer Demonstration. Leider zu Lasten der Veranstalter, was wahrscheinlich auch ein bisschen zermürbend wirken muss. Und wo man sich dann fragen muss, hey, ihr wollt doch alle das Gleiche, warum kämpfen wir nicht gemeinsam? Aber da muss man auch mal den Ball zurückrollen an den Veranstalter. Warum arbeitet ihr nicht mit den Leuten zusammen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, meine Person zum Beispiel, und sagt das vorher, sodass ich auch dafür nochmal die Werbetrommel rühren kann, dass auch genug Leute kommen. Wenn ihr alle euer eigenes Ding macht, braucht ihr euch nicht wundern, dass dort keiner auftaucht. Apropos auftaucht. Wer ist dort nicht aufgetaucht? Ich habe mich erkundigt. Es war tatsächlich eingeladen der BGL und Verdi. Vom BGL gibt es ein Video, das müsst ihr euch einfach mal anschauen. Ich verlinke es wahrscheinlich hier unten auch nochmal. Das ist, also milde gesagt, wahrscheinlich mit einem Taschenrechner aufgenommen worden. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ganz ehrlich, Verdi ist gar nicht erst aufgetaucht. Also von diesen beiden Organisationen kann man halten, was man möchte. Ich nicht mehr so viel von Verdi, schon lange nicht mehr vom BGL, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie soll man so einen Auftritt nennen, abseits der Demonstrationen. Es ist schon ein peinlicher Auftritt, lieber BGL. Und ich hätte keinen, also im Jahre 2020 sollte man kein Video mehr ins Internet stellen, was noch nicht mal High Definition Qualität herausbringt. Normalerweise filmt man in Full HD mittlerweile, aber hier wurde in 480p das Video hochgeladen. Ich habe geguckt, ob mein Internet gerade streikt. Aber nein, es ist tatsächlich so schlecht. Und von daher, also brauchen wir uns um die Unterstützung von Verdi und BGL, wo keine Sorgen machen. Sie sind auf jeden Fall nicht an der Seite der Fahrergemeinschaft. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn wir schon mal bei perfiden Auftritten sind, dann muss man hier ganz ehrlich sagen, gibt es tatsächlich Grabräuber. Und zwar handelt es sich um den Tod des verstorbenen D-Max-Darstellers und natürlich selbstständigen Unternehmers Andrea Schubert, der am 31. Juli überraschend verstorben ist. Für die wenigsten von euch, mir wurde diese Nachricht zuteil und ich habe auf Instagram und gleichzeitig auf Facebook mein Beileid bekundet. Und ich möchte ganz kurz erklären, warum ich das gemacht habe, was viele nicht verstanden haben. Es gab so ein oder andere kritische Stimmen, auch bei Facebook natürlich, die wieder gesagt haben, ach schämst du dich nicht hin und her. Eine Stunde später haben es alle anderen öffentlichen Medien auch veröffentlicht. Nicht nur ich, also ich durfte es nicht, die anderen durften es dann wieder, die brauchen sich dann wohl nicht schämen. Und warum sollte ich mich schämen, wenn ich öffentlich sage, dass ich der Familie viel Kraft wünsche? Man kann in diesem Video sehen, dass ich gerade am Heiligen Hafen stehe, im Hintergrund sieht man das Meer. Und ich war gerade am Angeln, das heißt, ich war im Kurzurlaub. Als ich diese Nachricht erhalten habe, wusste ich überhaupt nicht, dass so wenige davon wussten. Deswegen wurde das Video so oft geteilt und ging sehr viral. Ja, das war halt nicht meine Intention, sondern ich wollte einfach nur mein Beileid bekunden. Warum mache ich das? Was man nicht vergessen darf, wenn man in der Öffentlichkeit steht und so eine Nachricht an die Öffentlichkeit dringt, nämlich dass es passiert, sonst hätte ich davon selber nicht per WhatsApp erfahren. Wenn du öffentlich nicht dazu Stellung nimmst, also nichts dazu sagst oder nicht reagierst etc., gibt es dann folgende Parteien. A, dein Postfach wird gefüllt mit Leuten, die dir sagen, hey, hast du es noch nicht mitbekommen, das und das ist passiert. B, Leute, die dir schreiben, hey, warum hast du das so bla bla bla, dies, das. Oder dritte Leute, die dir sagen, hey, fand ich gut, dass du das öffentlich gesagt hast. Das ist egal, wie man es macht, man muss darauf reagieren. Denn das Schlimmste ist, wenn du nicht darauf reagierst oder gar kein Zeichen der Anteilnahme machst, dann ist der Postfach nämlich auch voll von Leuten, hey, du kannst ja wohl mal auch mal dein Beileid öffentlich bekunden etc. Natürlich der eine oder andere hat es natürlich wieder nicht verstanden. Eine Stunde später hat es D-Max öffentlich bekannt gegeben, seine Frau etc. Also von daher, ich war nur ein paar Minütchen vorher dran, weil ich halt die direkte Information per WhatsApp bekommen habe und wusste zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich am Meer gestanden habe und geangelt habe, dass so wenige davon wussten. Also von daher, wenn sich jemand dann auf den Schlips getreten gefühlt hat, dass ich das vor allen anderen gesagt habe, dann tut es mir leid, aber es war einfach nur eine menschliche Reaktion meinerseits. Und ich glaube, man sieht an meinem Gesichtsausdruck, dass es mich echt hart getroffen hat, obwohl ich den Herrn Schubert persönlich nicht kennengelernt habe, obwohl ich ihn demnächst wahrscheinlich hätte kennenlernen dürfen. Aber das tut jetzt nicht zur Sache, es ist scheiße, dass jemand gestorben ist. Und was noch beschissener ist an der ganzen Situation ist, dass ich hier lesen muss in der Zeitung, man hat es mir per Twitter geschickt, vielen Dank an die Leute, die mir das per Twitter geschickt haben, Grabplünderung bei verstorbenen Trucker Andreas Schubert. Ihr habt richtig gehört, tatsächlich. Und zwar ist dieser Beitrag vom 20. August und von der Zeitung boostyourcity.de. Ich verlinke euch auch unten den Artikel und ich lese euch einfach mal ganz kurz vor, was hier steht. Am Nachmittag des 31. Juli verstarb der Trucker Andreas Schubert im Jahre von 45 Jahren an einem Herzinfarkt. Sein Tod hat viele Menschen schwer getroffen und die Anteilnahme war riesig. Den meisten dürfte er aus der D-Max-Serie Asphalt Cowboys bekannt sein. Doch nur kurze Zeit nach der Beerdigung kam es zu unglaublichen Vorfällen. Doch wo hört die Fanliebe auf und wo fangen Respektlosigkeit und Straftaten an? Mehrere Personen sollen das Haus der Familie Schubert sowie Lastwagen der Firma und sogar das Grab belagert haben. Produktionsfirma der Serie Asphalt Cowboys schreibt dazu, es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es tut gut zu wissen, wie viele Menschen Andreas Schubert geschätzt haben. Wir haben eine Bitte an euch, bitte geht in dieser schweren Zeit oder schweren Zeiten respektvoll mit der Familie und der Schubert Crew um und belagert nicht das Haus, die LKWs oder sein Grab. Doch damit nicht genug, vor einigen Tagen soll es sogar zur Plünderung am Grab von Andreas Schubert gekommen sein. Vergesst nicht, das Grab ist eine Ruhestätte und kein Souveniershop. Lasst also bitte alles dort, wo es ist, lasst ihm seine Ruhe und geht respektvoll mit der Ruhestätte um. Das Grab ist ein wichtiger Ort, um zu trauern, zu gedenken und sich zu erinnern. Nochmal, wir bitten alle Friedhofsbesucher, sich anständig und respektvoll zu verhalten. So gebietet es der Anstatt und der Respekt, alles andere ist respektlos, heißt es weiter. Kerstin Schubert, die Ehefrau des Truckers, kündigt zudem in den sozialen Medien an, dass rechtliche Schritte folgen werden, sollte jemand bei Plünderung des Grabes erwischt werden. Wie soll ich das beschreiben? Natürlich ist es für jemanden besonderes ein Gefühl, jemanden zu kennen, wenn man den öfters im Fernsehen sieht und man fühlt sich dem nahe. Auch ich habe eine Direktnachricht bekommen oder mehrere Direct Message bekommen per Instagram, wann ich denn die Bilder von seiner Grabstätte veröffentliche. Also erstens habe ich das überhaupt nicht vorgehabt. Ich war nicht mal da und ich werde dort auch nicht hinfahren. Es sei denn, ich bin in der Nähe und werde dann wahrscheinlich eine Rose oder sowas ablegen. Sollte ich in der Nähe sein, aber ich fahre da nicht dahin und werde Fotos machen und die veröffentlichen. Ich werde auch nicht auf diesen Zug drauf springen, deswegen melde ich das erst jetzt oder deswegen kommt dieses Video erst jetzt. Ich werde nicht auf den Zug drauf springen, wie alle anderen, die jetzt irgendein Abschiedsvideo gemacht haben, um dann auf Krampfaufrufe zu erreichen und in den Trends bei YouTube zu landen. Das mache ich nicht. Ich wollte in den News jetzt einfach nur dazu berichten, weil mir viele darauf hingewiesen haben, dass es tatsächlich zu Grabschändungen gekommen ist. Und da muss man ganz ehrlich fragen, was ist mit euch eigentlich los? Da ist ein Mann verstorben, es gibt genug Trauer drumherum und man sollte doch die letzte Ruhe einhalten und wahren. Mich würde interessieren, was schreibt ihr dazu in den Kommentaren? Ist es in Ordnung, das Grab zu besuchen? Ist es in Ordnung, dort was niederzulegen? Was haltet ihr da von den Leuten, die tatsächlich respektlos damit umgegangen sind, die vor dem Haus belagern und vor den LKWs? Würde mich interessieren, was ihr in den Kommentaren schreibt. Und wart ihr bei der Berliner Demo eigentlich dabei? Würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut und schont euch! So, und am Ende des Videos möchte ich noch kurz eine kleine Eigenwerbung machen. Mein Live-Comedy-Programm geht jetzt in die finale Runde und zwar haben wir jetzt dank Corona einen Ausweichtermin machen müssen für die verschiedenen Städte. Und ihr seht jetzt hier alle Termine und ihr könnt jetzt bei Eventim außer Stuttgart die neuen Karten buchen. Die alten Karten bleiben natürlich gültig und ich würde mich freuen, wenn ihr dann bei meinem Live-Programm dabei seid und wir ein wenig gemeinsam lachen können. Auch nach dieser traurigen News. Bis zum nächsten Mal.